Dies ist nur einer von zahlreichen Diätkursen, die gerade überall in Amerika stattfinden und wo sich ganze Heerscharen von korpulenten Menschen einfinden. Oder wie wir sie nennen, gierige Fettsäcke. Okay, heute wollen wir mal etwas anderes ausprobieren. Ähm, könnte ich einen Freiwilligen haben, der zu uns nach vorn kommt und uns allen erzählt, warum er so ekelhaft fett ist? Ja, Toni, du hattest dich gemeldet. Komm doch bitte zu mir. Bum, 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 da kommt er. Vorsichtig. Okay, also Toni, du bist, und ich weiß, du hast nichts dagegen, wenn ich das sage, einer der absolut fettesten Superdicken hier in diesem Kurs. Ehrlich gesagt, meistens passt du noch nicht einmal ganz in mein Gesichtsfeld. Toni, wann begann denn das Problem mit deinem Gewicht? Naja, es fing in der Schule an. Ich war immer etwas übergewichtig und alle hänselten mich. Und je mehr sie mich hänselten, desto mehr aß ich, um mich zu trösten, verstehst du? Ein wahrer Teufelskreis, nicht wahr, Toni? Ja. Ja, ja. Uuuuuh. Jam, jam, jam. Ja? Uuuuuh. Blah, blah, blah. Und was haben sie gesagt, Toni? Wie haben sie dich genannt? Fetty. Oh, das ist nicht nett, nicht wahr? Sie nannten ihn Fetty. Nicht Fetty Bum Bum. Nein. Sie sagten nicht, oh, Fetty Bum Bum, Fetty, Fetty Bum Bum. Nein. Nein, nur Fetty. Ja. Schwein? Nein. Schweinchen? Nein. Schweine im Weltraum! Nein. Nein, nein. Jabba the Hutt? Nein. Nein. Haufenscheiße? Einmal. Einmal. Baba der Elefant. Einmal. Nein. Oh, Barry White. Nein. Nein. Du bist ja kein Schwarzer, nicht wahr? Nein. Nein, er ist nicht schwarz, nein. Nur Fetty. Jabba the Hutt, das hast du schon gesagt. Oh, war ich einer von euch was, hm? Nein? Kommt schon. Überhaupt keinen Sinn für Humor. Also einfach nur Fetty. Ja, sie nannten mich nur Fetty. Ja, ja. Sie nannten ihn einfach nur Fetty. So haben sie ihn genannt. Fetty, nicht wahr? Hm? Fetty. Hm? Fetty. Hm? Fetty. Hm? Du Vetter, Vetter, Fettsack. Ey, ey, hallo Fetty. Morgen bist du fett. Hallo Fetty. Hallo Fetty. Ja? Kinder können grausam sein. Und was war mit den Lehrern? Wie haben die dich genannt? Die haben mich nie verspottet. Das haben sie ganz sicher, nur nicht, wenn du dabei warst. Las Doni zufrieden. Verzeihung, ich... Wie war das? Las Doni zufrieden. Nein. Wie war das? Las Doni zufrieden. 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 Wie war das? Ich kann nicht verstehen, was ich... Wie war das? Las Doni zufrieden. Wie war das? Las Doni zufrieden. Wie war das? Las Doni zufrieden. Ach so, ja, fast Viertel vor neun. Okay. Alles klar, wo waren wir? Ah ja. Mann, bist du fett. Fettig, Fettig, Fettig. Weißt du, du solltest wirklich nicht so mit Toni reden. Du bist nämlich auch nicht gerade schlank, meine Gutste. Ja. Wie war das? Was sagst du denn rein? Ja, wir haben sie dich in der Schule genannt. Sie nannten mich Marjorie. Oder manchmal auch Wunderschöne Marjorie. Oder Prinzessin Zauberhaft. Und jetzt gib ich's wieder auf deinen Platz. Fettig!